Unser heutiges Sternzeichen ist Waage. Ist die Waage ein gutes Sternzeichen? Wenn Sie als Waage diese Frage stellen und davon besessen sind, die Idee der Güte mit Ihrem ganzen Wesen zu verkörpern, sollten Sie wissen, dass es durchaus akzeptabel ist, Waage zu sein. Die Persönlichkeit Waagen sind schwer zu verstehen, weil sie auf den ersten Blick so widersprüchlich erscheinen. Sie sind gleichzeitig extrovertiert und introvertiert, strategisch und spontan, konzentriert und intuitiv. Diese Variabilität macht es schwierig, ihren wahren Charakter zu bestimmen. Sie sind eine ganze Konstellation von Persönlichkeiten. Je nachdem, mit wem Sie zusammen sind, sind Waagen unterschiedlich. Das liegt daran, dass die Waage Einfühlungsvermögen schätzt. Sie sind aufnahmefähig. Sie können der Spiegel anderer Menschen sein. Aus diesem Grund haben Sie eine starke Meinung über andere Menschen, aber Sie brauchen lange, um sich selbst zu verstehen. Sie wollen nicht für Ihre Talente, sondern für Ihren Charme bewundert werden. Sie wollen als die verantwortliche Person gesehen werden, die die turbulenten Elemente um Sie herum ausgleichen kann. Sie haben starke Schuld und Schamgefühle, wenn Sie unglücklich sind, weil Sie wissen, dass Ihr Unglück alle um Sie herum beeinträchtigt. Was sind die Schwächen der Waage? Waagen sind mitfühlende und einfühlsame Menschen. Sie sind bereit, alles zu tun, um anderen zu helfen. Sie mögen keine Konflikte und vermeiden Konfrontationen. Diese Eigenschaften führen dazu, dass sie von anderen manipuliert werden können. Waagen neigen auch dazu, unentschlossen zu sein. Sie sind so sehr um die Gefühle anderer besorgt, dass sie andere Menschen für sich entscheiden lassen. Waagen legen viel Wert auf die Meinung anderer. Obwohl sie insgeheim Angst vor einem negativen Urteil haben, fällt es ihnen schwer, das Rampenlicht zu meiden. Sie müssen wahrgenommen werden, um sich bestätigt zu fühlen. Was Waagen entdecken müssen, ist, dass Positivität eine eigene Art von Wahnvorstellung ist. Waagen sind durch die Grenzen ihres Körpers und ihres Verstandes gebunden. Sie sind in den Grenzen dessen gefangen, was ihre fünf Sinne ihnen sagen. Sie sind in der Lage, den Geschmack der Welt zu verstehen, aber nicht die Farbe. Sie sind nicht in der Lage, die zugrunde liegenden Mikrosignale zu interpretieren, wie es andere können. Der dunkle Abgrund des Unbekannten ist für sie ein furchterregender Ort, weshalb sie so tun müssen, als wüsten sie alles. Sie geben vor, allwissend zu sein. Aber in Wahrheit haben sie keine Ahnung, wovon sie reden. Wovor haben Waagen Angst? Waagen haben Angst vor dem Alleinsein. Die Angst, vom Kollektiv abgekoppelt zu sein, ist Teil ihrer psychologischen Urkonstitution. Waagemenschen haben Angst vor dem Unbekannten. Sie haben Angst vor ihren eigenen Geheimnissen. Sie sind in der Lage, ihr Leben mit einer so komplexen Struktur zu organisieren, dass sie nur selten mit wirklich unbekannten Situationen konfrontiert werden. Wagen fürchten, dass sie ihr Leben in einem ständigen Zustand der Angst leben werden. Sie fürchten, dass die Angst ihr Verhalten ständig diktieren wird. Diese Angst wird ihre Fähigkeit, glücklich zu sein, lähmen. Diese Angst wird sie daran hindern, ihre Ziele zu erreichen. Sie haben Angst, dass sich diese Angst zu einem unüberwindbaren Hindernis auftürmt. Sie sind risikoschö und würden lieber an einem gebrochenen Herzen sterben als an Langeweile. Warum sind Waagen so wütend? Die Quelle des Zorns der Waage ist die Spannung zwischen dem, wie das Leben ihrer Meinung nach sein sollte, und dem, wie es tatsächlich ist. Sie fantasieren von Erfolg, Einfluss und Macht, haben aber das Gefühl, dass sie härter arbeiten müssen als andere Menschen, um dies zu erreichen. Wagen führen ein internes Verzeichnis ihrer künstlerischen und intellektuellen Helden und idealisieren deren Freiheit und Unbekümmertheit. Sie hegen heimlichen Neid. Sie werden auch wütend, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Integrität bedroht ist. Sie sind äußerst sensibel, sodass jede Art von Kritik sie tief trifft. Wagen sind übermäßig auf andere Menschen fixiert, ihr Selbstwertgefühl hängt von äußerer Bestätigung ab. Dies führt zu unbewussten Ressentiments. Sie wollen nicht zugeben, dass sie sich eingeschränkter und unglücklicher fühlen als andere Menschen, aber sie tun es. Stattdessen schieben sie ihre Probleme auf äußere Faktoren wie gesundheitliche Probleme, Arbeitsstress oder Familiendramen. Wenn sich vage Menschen über längere Zeit schlecht fühlen, können sie das alles nicht mehr ertragen und fangen an, sich an anderen zu vergreifen. Auf diese Weise lenken sie ihren Schmerz auf andere Menschen ab, um der Wahrheit über sich selbst nicht ins Gesicht sehen zu müssen. Wagen sind sehr emotional und leicht zu verletzen. Ihre innere Welt ist turbulent und sie arbeiten sehr hart daran, das Gleichgewicht zu halten. Für all diese harte Arbeit, die sie leisten, haben sie oft das Gefühl, dass die Welt ihnen etwas schuldet. Es kann ihnen schwer fallen, ihre Gefühle zu verballieren. Wagen müssen lernen, dass die Welt ihnen nicht geben kann, was sie brauchen, wenn sie nicht wissen, wie sie darum bitten können. Langweilen sich Wagen leicht. Das Problem der Waage ist nicht die Langeweile. Ihr Problem ist die Monotonie. Sie verabscheuen jede sich wiederholende Handlung. Sie hassen es, in denselben alten Mustern festzustecken, in denen andere Menschen festzustecken scheinen. Sie sehnen sich nach Abwechslung und Abenteuern, und sie können sehr einfallsreich sein, wenn es darum geht, Wege zu finden, die sie herausfordern, amüsieren und inspirieren. Liebe und Romantik. Dies gilt vor allem für vage Venus und Mars, aber auch vage Sonnen können sich mit einigen Merkmalen identifizieren. Wie man eine Waage verführt. Sagen sie jedes Mal, wenn sie etwas im Gespräch sagen, oh mein Gott, ich auch. Verbringen sie drei Tage zusammen, ohne Zeit für sich allein. Bitten sie sie, ihre Muse zu sein. Warum sind Wagen so schön? Wagen legen Wert auf Schönheit. Deshalb haben sie oft eine ausgezeichnete Körperhaltung und einen guten Augenkontakt. Sie sind Meister darin, sich so zu kleiden, dass ihre besten körperlichen Eigenschaften zur Geltung kommen. Sie wissen, dass ihre Gefühle in direktem Zusammenhang mit ihrem Aussehen stehen, und deshalb nutzen sie ihr Äußeres, um ihre Stimmungen auszudrücken. Wagen sind so sehr von der Idee der Schönheit angezogen, dass sie sogar in den Fehlern anderer Menschen Schönheit finden. Sie glauben, dass jeder Mensch fähig ist, schön zu sein, und dass alles, was sie vom Gegenteil überzeugt, nur eine Illusion ist. Wer ist der Seelenverwandte der Waage? Die Waage ist ein Zeichen, das man am leichtesten am Kontrast zwischen ihrem Äußeren und ihrem Inneren erkennt. Ihr Äußeres ist kultiviert, gelassen und im Allgemeinen angenehm, aber ihr Inneres ist oft düster, unsicher und in ständigem Wandel begriffen. Ihr Seelenpartner ist jemand, der in der Lage ist, diese Dichotomie zu überbrücken. Ein Waage-Seelenverwandter ist jemand, der angenehm ist, ohne ein Fußabtreter zu sein. Sie brauchen jemanden, der in ihren verwirrendsten Momenten für sie da sein kann. Wenn sie sich im Nebel verloren fühlen, sollte ihr Seelenverwandter ihr Leuchtturm sein. Manchmal verirren sich Wagen im Labyrinth ihres eigenen Bewusstseins. Sie werden emotional instabil, aber sie wollen diese Instabilität verbergen, weil sie sich dadurch verletzlich fühlen. Ihr Seelenverwandter sollte ein Trost sein. Ein Waage-Seelenverwandter ist jemand, der sie ermutigt, sie selbst zu bleiben. Jemand, der ihnen zeigt, dass sie die Kontrolle über sich selbst haben. Ein Waage-Seelenverwandter ist jemand, der versteht, dass die Waage eine Dunkelheit in sich hat, aber diese Dunkelheit ist ein natürlicher Teil von ihr. Es ist nicht etwas, wofür man sich schämen muss. Freundschaft Wie ist die Waage als Freund? Die Waage ist eines der Tierkreiszeichen, die den Ruf haben, flatterhaft zu sein, aber diese Tendenz spiegelt eigentlich den allgemeinen Mangel an Engagement wider, mit dem sie an die Dinge herangehen. Man könnte sagen, dass die Waage der Meister des Kompromisses ist. Sie wollen es allen recht machen und tun alles, um den Frieden zu bewahren. Sie sind auch sehr mitfühlende Menschen, denen es manchmal schwer fällt, Nein zu sagen. Das kann die Dinge etwas verkomplizieren, wenn diese anderen manipulativ oder eigennützig sind. Aber die Waage ist nicht so flatterhaft, wie es vielleicht scheint. Es fällt ihnen nur schwer, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Aus diesem Grund ist es für Waagen sehr einfach, mit ihnen auszukommen, aber irgendwie unmöglich, eine dauerhafte Beziehung mit ihnen zu führen. Sie werden immer ein offenes Ohr für deine Probleme haben, aber sie müssen immer irgendwo sein. Sie wollen dir immer helfen, aber sie haben auch immer jemand anderen, dem sie helfen müssen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, drück auf Gefällt mir. Möchtest du noch mehr über Sternzeichen oder Horoskope wissen, schau dir die anderen Videos auf diesem Kanal an. Um in Zukunft nichts zu verpassen, lass ein Abonnement da. Wir sehen uns im nächsten Video.